Hey YouTube, was geht? TG7 ist wieder weg am Start für euch. Diesmal mit einem weiteren Rebirth Island Rank Gameplay. In dieser Season konnten wir durch diese Runde schillernd hitten. War eine 56 Teamkill Runde zusammen mit Vincoup und Vercity. Das war das erste Mal, dass wir mit ihm gemeinsam gespielt haben. Das ist gerne ein Kommentar, Like oder Abo für den Algorithmus da. Viel Spaß beim Gameplay. Außen kommt ein neues Team, außen kommt ein neues Team. Right. Dann noch hier den Gang durch. Klettert hier hoch, shipwreckt das. Ich hab schon wieder. Tum, tum, tum. Alright. Obendrauf. Ich stand auf dem obendrauf. Ja, ich versuche Shots zu geben. Er ist runtergesprungen. Er ist runtergesprungen. Es sind zwei. Beide weak. Einer kommt hoch, einer kommt hoch. Er ist weak. Er ist ein shipwreck. Es sind zwei, ich muss runter. Also zwei Stück. Er ist ein Po. Fucker. Ich bin ein Po. Ich bin ein Po. Ich bin ein Po. Wie ist es? Das ist... Das ist G-Bass. Er ist ein Po. Und da bin ich, da bin ich gesmoked. Und da bin ich gesmoked. Ich bin gesproken. Hab ich gesproken? Yes. Wo? Den hab ich ja nicht angeschossen. Habe ich, habe ich, habe ich. Nein, er ist noch oben drauf. Einer fliegt. Ich steh mich hoch. Ah ja, ich muss noch bläden unseren Schoes. Oben drauf habe ich. Nichts. Das war nicht. Hallo? Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Zehnt nach. Achterhand. Jetzt sind wir noch einer ganz oben. Letzter Sitz in der Luft. Wie gelandet? Ich flieg auf den. Alright. Chipback. 2k fehlen. Und zwei Stück noch Richtung Mobileshop. Hier oben, hier oben. Zivier den. Perfekt, nicht getroffen. Oben, ich break. Oh nie, was? Es sind zwei, es sind zwei. Es sind zwei, es sind zwei, oder? Äh, hat das schon gekämpft? Ja, es sind zwei. Es sind drei sogar. Es sind drei sogar. Es sind drei. Ein Not. Wenn es drei sind, muss es eigentlich ein neues Team sein. Okay. In den Gegner habe ich noch einen gesehen. Okay. Das kann sein dann. Auch unten ein neuer rein. Ganz neuer. Ja. Ja. Ich versuch's ihn rauszuholen. Ich hab ihn. Bei mir noch einen, drinnen. Der kommt jetzt hinter mir. Ich hab das. Nein, ist gut. Ich versuch's. Stay where you come. Stay live. Letzter von denen in der Luft, die callen, den müssen er live sehen. Ich kann schon noch die holen. Ja. Hahaha. Einen Gatsch hat's nicht aus der Luft. Der Streak. Der Schiebeck. Noch einer landet. One jetzt. Schiebeck, Schiebeck, der gelandet ist. Ja. Er springt hinter runter, der gelandet ist. Und noch einer ist nach oben gegangen jetzt. Schiebeck in der Luft. Einer noch. Zwei Stück links von mir. All right. Einer in dem Haus. Hinter dir, hinter dir. Anderes Team, anderes Team. Oh, watch out. Einer in der Luft. Einer in der Luft. Oben auf Dach. Hier, Bonny. Er ist runter gesprungen. Shot break. Bonny. Schatz. Bevor dem Zelt. One shot. Linkes Zelt down. Oh mein Gott. Einer in der Luft. Ich bin rot. Der letzte. Lifing. Aller allerletzte. Aller allerletzte. All right. Ich brauch mal Yui. Es ist einfach sogar ein Solo. Oh mein Gott. Er hat gar nichts zu dem Team gehört. Ah, an der Leiser. Wo ich gestorben bin. Hier drinnen. All right. Stand da oben drauf. Wenn er hier unten reingenommen hat. Er gelandet ist. Er streaked. Er streaked. Er streaked. Unter mir ist einer. Unter mir. Unter mir ist einer. Unter gesprungen. H2. Shipbreak. Das ist aber schuldig. Ich sehe auch einer hier. Auch einmal Schuttgeweite. Ich bin weg. Ich PA mal Leuchtturm. Einer landen. Richtung Green. Der Shipbreak. Oh mein Gott. Ich treffe jeden Snipe. Jürgen. F***. Marken den Rest der Squad. Get hunting. Your objective simple. Eliminate all bounty targets. P8. Hier. Hast du mir eine Smoke und ne ne. Zufällig droppen, weil ich hab gar nichts. Tja. Das geht hier bei dir ab. Ja. Andern rechts von uns rein. Am Bode. Hopp. High swipe. Bei dir gekommen? Nene. Ich hab gekauft. Entschuldigung. Ich hab das erwartet. Ich geh mal Loont haken. So haben wir irgendwie auf. Ah ja. Ja ja. Hab ich auch gehört. So haben wir irgendwie auf den Loot oder so spielen? Hände angeschaut. Loot oder Hände. Ah. So. Und ein Zelte. Right. Unter mir. Unter mir. Wünschen. Wumrums bleiben. Kommt. Ziphock. Kommt bei mir. Sprake. Noch einer. Sprake. Alles genutzt? Der letzte ist unten im Zelte. In dem Zelt. Ein auf dem Boot. Nein. Ein Solo wieder. Nicht schon wieder. Ich wollt grad da Advanced kaufen. Er ist alleine. Oben Control. Seine Mates sind auf dem Boot. Oh das ist kacke dann jetzt. Friendly Precision. Airstrike inbound. gut! Gut play, Winnie. You get another chance. Make it cap. Don't let them know your next move! Du hast einen Übersteiger-Eintäuscher gesehen, das hast du gesagt. Der Mess hat mich einfach. Einfach ein Messer. Hat er bei dir gelandet? Ja, hört. Einer noch unter mir, ich wurde gebankert, was ist das? Ich bin in der Asmina reingelaufen. Noch einer noch unter dir? Yes, ich hab einen gefüllt. Können wir irgendwie versuchen wir in Norden zu holen? Ah, können wir ja, können wir, können wir. Können wir gleich auf dem Dach machen? Mhm, das ist nicht so. Oh, auf dem Dach ist einer. Shipbreak, da ist Oney, oh mein Gott. Äh, zips, zips vom Boot, die zippen sich auf uns. Einer Shipbreak aus der Luft. Ah, mein Geld liegt. Koff. Die sind unter uns, lass sie mal holen, die sind richtig nervig. Na. Einer hier vorne. Da sind zwei, ich hab gechockt, Bro, ist diese Rehab und so. Zwei Shipbreak. Mach ich das? Da. Oh, mach ich weiter. Oh, mach ich weiter. Oh, mach ich weiter. Ich stand noch im Lowdown. Ich hab einen auf dem Dach bei mir. Nice. Einer unten in die Double-Daw rein. Halt. 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 Sind immer noch nur zwei. Hm, lass ihn mal outstacken. Wenn wir können. Bess, Shipbreak. Halt. Wo ist da nie, Oaks? Noch einer. Oney, oney, oney. Halt. Ich raise, ich raise, ich raise. Hier, ich smoke, ich smoke. Ich hab einen voll. Ich hab ihn unten, endlich. Alright, Shipbreak. Äh. Ehhh.. Der ist One Shot. Der ist One Shot. Beamen wir direkt über uns, seht ihr den? Ich bin grad nicht bei euch, ich bin noch im Gebäude. Aber beamt ihr den, wenn ihr könnt. Er smoked, er ist vom Prison rotiert. Shoot Break. Bin ich da mal getroffen. Er ist One E. Der ist wieder geblatet. Ok, er von Leuchtung muss auch noch rotieren. Temen am PTS. Leuchtgrund oben, auf dem Dach ... Er ist One, The Pang! Einer Shoot Break. Shoot Break oben! Hier oben beim Turm noch. Oben Shoot Break einen Turm. Mein Life, der ist immer noch da oben. Lass sie kurz abfangen und dann rein rotieren. Ja, ja, ja. Hey, what the fuck? Hi, dead. Oh shit. Lass rechts rum die Cannons spielen, oder? Rechts hinten stehen wo Richtung Gelb. Unten am Kran ist einer. Ich würde die Kanonen spielen gehen. Ja, ja, safe, safe, umgelegt. Kanonen sind schon welche. Einer ist schon hinter der Kanonen, hinter der Kanonen. Unten aus dem Wasser, einer Shipbreak. Knock. Einer weak. Kanone one shot, Kanone down. Ich spiel auf die Kanone, fokuss die Kanone. Da muss er drin sein. Rechts, rechts, rechts. Auf der Straße. Ich habe keine Bull Breaker auf ihm. 0,0. Ich habe ihn, ich habe ihn. Aber da war auch ein anderer Skin, ne? Da müsste noch einer sein. Hm, okay. Besser, 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 besser. Ah, ich spring runter, schuldigen kurz. Oh, genau, meins. Ein Duo, ein Solo. Ja. Gas is closing in. Move to the safe zone. Ja. Ganz links, da noch? Ich habe Tank voll. Noch einer Zeiter bei mir. Live. Einer zieht auf der one shot. Einen sich gegenseitig. Ich hab mich geklappt. Das war's. Ich bin jetzt nicht. Das war's. Da war's. Er ist, ich bin jetzt. Sein Moment. Vielen Dank.